Was ist die Gesamtzuwanderung von 1,2 Millionen? Von zentraler Bedeutung ist die Aussage, dass mehr als drei Viertel dieser Zuwanderung aus den Staaten der Europäischen Union kommt. Das gilt auch für die Fortzüge, also für die, die wieder gehen. Dort ist es auch fast drei Viertel, sodass die Schlussfolgerung daraus zu ziehen ist, die Freizügigkeit innerhalb der Europäischen Union führt zu sehr viel Veränderung, Zu- und Vorzug innerhalb der Europäischen Union. Das ist ja exakt auch das, was mit der Freizügigkeit beabsichtigt war. Die Hauptherkunftsländer dieser Zuwanderung aus der Europäischen Union waren Polen, Rumänien, Italien. Die Hauptzielländer der Abwanderung waren wiederum Polen, Rumänien und Bulgarien. Auch die Eurokrisenländer wie Spanien und Griechenland gehören zunehmend zu Hauptherkunftsländern. Das heißt, es gibt dort Wanderungsbewegungen nach Deutschland. Für die Drittstaaten, also die Zuwander aus Drittstaaten, die nicht aus der Europäischen Union kommen, sehen die Zahlen wie feucht aus. Der Ehegatten- und Familiennachzug, immer auch ein großes politisches Thema in Deutschland gewesen, ist gegenüber dem Vorjahr ganz leicht gestiegen, mehr oder weniger gleich geblieben und beläuft sich eine Größenordnung von fast 55.000. Also auch jetzt nicht so groß, wie manche politischen Debatten nahelegen. Die Zahl der Zuwanderer aus Drittstaaten, die nicht zum Teil der EU sind, zum Zwecke der Erwerbstätigkeit, liegt im Jahre 2013 bei 33.000. Sie ist leicht gesunken gegenüber dem Vorjahr. Allerdings hatten wir ja Zuwanderung aus Kroatien. Kroatien, auch diese aus Drittstaaten. Kroatien ist Teil der EU geworden. Wenn man das saldiert, ist mehr oder weniger die Zahl der Zuwanderung aus Drittstaaten zu Erwerbszwecken gleich geblieben. Kroatien ist Teil der EU. Kroatien ist Teil der EU.